Dieses zu erwerbende 3-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Fredersdorf, Vogelsdorf. Das im Jahr 1938 erbaute Gebäude wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Balkon. Es hat eine Einbauküche. Das Haus verfügt über einen Balkon. In der Erde kommt von Kaku. Das Lafüge hat einen Balkon. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 510 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 78 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 295.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Bis zum nächsten Mal.